hallo liebe wanderfreunde es freut uns dass ihr wieder eingeschaltet habt sarah und ich sind heute auf dem premium wanderweg enzheimer brunnenweg unterwegs diese tour hat etwa 10,5 kilometer und wenn ihr wissen wollt wie diese wanderung so ist dann kommt mit einen schönen frostigen guten morgen go moya Okay. 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 So good. Okay. Sollte Vielen Dank. Vielen Dank. Zitzen Untertitelung des ZDF, 2020 Noch etwa einen Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Die Tour hat uns, naja, nicht so gut gefallen. Der Weg hat stark angefangen mit einem schmalen Pfad, wo man etwas Trittsicherheit gebraucht hatte. Und dann nur noch breite Wege. Okay, am letzten Kilometer jetzt etwa, waren auch wieder schmale Pfade, brauchte man auch wieder Trittsicherheit. Aber der Rest vom Weg nur breite Wege. Wenn euch diese Wanderung gefallen hat, bzw. das Video, würden wir uns über Kommentare, sowie über einen Daumen hoch, sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Und bis nächste Woche. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.